Hallo da draussen. Um die letzten Zweifel zu nehmen, dass UFOs eine physische Realität sind, müssen handfeste Beweise hin. Genau das liefert vielleicht der spektakulärste Vorfall der Sowjetunion. Metallische Fragmente, die zweifellos nicht auf der Erde hergestellt worden waren. Heute geht es um den Uferabsturz in den Hügel 611 in Dallnegorsk, Russland, am 29. Januar 1986. Diese metallischen Fragmente stammten von einem kugelförmigen UFO, das am 29. Januar 1986 in Dallnegorsk, nördlich von Wladivostok, nahe der sibirischen Pazifikküste abgestürzt war. Hunderte Bewohner dieser fernöstlichen Industriestadt beobachteten an diesem eisigen Wintertag gegen 19.55 Uhr wie eine vielleicht einen Meter grosse rotleuchtende Kugel aus einer Art glühendem Edelstahl lautlos und parallel zur Erde mit nur ca. 50 Stundenkilometer die Stadt überflog. Ihr Ziel war offenbar der 611 Meter hohe Itzwestkaja-Berg, der Einfachheit halber auch Erhöhung 611 genannt. Oberhalb von Dallnegorsk, kurz bevor sie den Berg erreicht hatte, veränderte sich ihre Flugbahn hin zu einem Anstieg um 60 bis 70 Grad, offensichtlich um über ihn hinweg zu fliegen. Doch das höchstwahrscheinlich ferngesteuerte Objekt verfehlte die Spitze des Itzwestokaja nur knapp und knallte gegen den Felsen. Die Zeugen sahen, wie es einen zwei bis drei Meter grossen vorstehenden Felsbrocken herausriss, der mit einem dumpfen Knall zur Erde fiel. Noch mehrmals, fast eine halbe Stunde lang, versuchte die Kugel vergeblich wieder aufzusteigen, stürzte jedoch immer wieder zu Boden, wobei ihre Farbe zu einem immer dunkleren Rot wechselte. Dann schien sie einen Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen. Das Objekt flammte mit der Helligkeit eines Schweissbrenners auf, explodierte lautlos und konnte fast eine Stunde lang, bis kaum mehr etwas übrig war. Am 3. Februar 1986 traf eine Expedition der Fernostabteilung des Untersuchungskomitees für anormale Luftphänomene der Wissenschafts- und Ingenieursgesellschaften unter der Leitung von Dr. Valery Dvucilny in Dalnegorsk ein und untersuchte die Absturzstelle. Dort fand sie nicht viel mehr als einige Kügelchen aus Blei und Eisen, Stahlfragmente sowie, der interessanteste Fund, wie sie später herausstellen sollte, feinste, fast gläserne Metallgewebe. Ausserdem stellte sie starke magnetische Anomalien und Spuren einer extremen Hitzeeinwirkung fest. Der Siliziumschiefer des Berges 611 war bis zu einer Tiefe von 15 cm schwarz und rissig gebrannt, teilweise durch die starke Hitze abgesplittert oder abgeplatzt und verkohlt. Wie die Wissenschaftler errechneten, mussten hier Temperaturen von bis zu 25.000 Grad Celsius geherrscht haben. Noch mysteriöser war die Entdeckung, dass der Schiefer, die Steine an der Absturzstelle, magnetisiert war, eigentlich eine physikalische Unmöglichkeit. Zudem schien eine unbekannte Strahlung eine Wirkung auf Menschen zu haben, erhöhte ihren Blutdruck und Pulsschlag und verursachte Gleichgewichtsstörungen und Schwindelgefühle. Wie spätere Untersuchungen ergaben, erhöhte sich bei den Betroffenen die Produktion von Leukozyten, also den weissen Blutkörpern. Zudem führte sie zur Vermehrung von Bakterien. Vögel vermieden es, die Absturzstelle zu überfliegen. Die Metallproben wurden in verschiedenen Laboratorien diverser Forschungsstellen der Akademie der Wissenschaften und an elf Forschungszentren untersucht, die ihre Ergebnisse in diversen Publikationen veröffentlichten. Und die waren mehr als erstaunlich. Die Spektralanalyse ergab, dass die Bleikückelchen in Wirklichkeit komplizierte Legierungen waren, in denen man fast die gesamte Elemententafel fand, wie es ein Metallurge in einem Interview mit der Zeitung Sozialistische Industrie formulierte. Wie eine Spektralanalyse ergab, erhielten sie ausser Blei 20% Silizium, 15% Eisen, 10% Aluminium, je 2% Titan und Silber, 1% Zink, 1% Magnesium sowie Spuren von Kupfer, Calcium, Sodium, Vanadium, Chrom, Praseodim, Cerium, Nickel, Kobalt, Lantam, Molybden und Natrium. Zudem besassen sie Öffnungen, wie sie für eine synthetische Fertigung charakteristisch sind. Die etwas grösseren Eisekügelchen bis zu 4 mm im Durchmesser besassen Anteile von Wolfram und Kobalt und liessen sich nur durch einen Diamantbohrer bearbeiten. Durch Röntgen Strukturanalysen kam zu Tage, dass die Eisenatome ein ungewöhnlich dichtes Kristallnetz bildeten. Versuchte man, sie in einem Vakuum zu schmelzen, erschienen seltsame glasähnliche Strukturen. Zudem waren sie wie alle Fundstücke von der Absturzstelle extrem magnetisiert. Am mysteriösesten aber war das feine Metallgewebe. Rein äusserlich eine glasartige, löchrige, spröde, schwarz verkrustete Masse, erwies es sich als Herausforderung für die Wissenschaftler. «Es ist unmöglich, zu begreifen, was es ist», erklärte der Chemiker A. Kulikow von der Universität Vladivostok. Es erinnert an Glaskohlenstoff. Die Bedingungen, unter denen es gebildet wurde, sind unbekannt. Vielleicht ist es unter extrem hohen Temperaturen entstanden. Sein Kollege Dr. Wladimir Wisotki, ebenfalls Chemiker an der Universität Vladivostok, entdeckte unter dem Elektronenmikroskop, dass es nichts anderes als ein feines, metallisches Netzwerk war, durchzogen von Fäden aus Alpha-Quartz, die eine Stärke von nur 17 Mikron – ein Mikron ist der tausendste Teil eines Millimeters – aufwies ein Viertel der Stärke eines menschlichen Haares. Manchmal waren einige Dutzend Fäden wie ein Seil zusammengeflochten und in das Gewege eingefügt und in ihrem Inneren befand sich ein feiner Faden aus purem Gold. Das ist eine Technologie von höchster Präzision am Werke, erklärte Dr. Wisotki und spekulierte, die Quarzfäden könnten Mikrokabel sein. Quarz ist ein guter Isolator, Gold ein exzellenter Konduktor. Andere Fäden waren Legierungen aus Gold, Silber, Zink, Lantan, Silizium, Natrium, Kobalt und Nickel. Für Dr. Wisotki stand fest, diese feinen metallischen Gewebe sind zweifellos das Werk einer hohen Technologie. Ein natürlicher oder irdisch-technischer Ursprung ist ausgeschlossen. Denn kein irdisches Produktionsverfahren ist in der Lage, derart feines Material herzustellen. Zudem war das Metallgewebe gegen alle Arten von Säure widerstandsfähig. Bei einer Erhitzung auf 2800 Grad Celsius verschwanden Gold, Silber und Nickel und wurden ersetzt durch Molybden, Beryllium und Alpha-Titan. In einem Vakuum dagegen brannte es nicht einmal bei 2800 Grad Celsius. Das beweist, dass wir es hier mit einem künstlichen Material zu tun haben, ergänzt der Chemiker Dr. A. Makayev, der diesen Aspekt untersuchte. Interessant ist speziell der grosse Anteil organischen Materials. Er könnte bedeuten, dass wir es hier mit einer Art künstlichen Lebens zu tun haben. Vielleicht ist das Gewebe aber auch eine die elektrische Substanz, die während der Erhitzung zu einem Semiconductor und in einem Vakuum zu einem Konduktor wird. Was immer es war, es wurde offensichtlich vermisst. Denn in den folgenden Monaten tauchten immer wieder unbekannte Flugobjekte über Tal Negorsk auf, die das Absturzgebiet abzusuchen schienen. Am 6. Februar 1986, so berichtete Dr. Twulzilni in seinem Bericht über den Vorfall, also acht Tage nach dem UFO-Absturz, erschienen gegen 20.30 Uhr zwei gelbe Kugeln über der Stadt. Sie flogen auf den Berg 611 zu, zogen vier Kreise und verschwanden blitzartig. Nach einer Reihe weiterer Sichtungen kam es am 28. November 1986 über Tal Negorsk zu einer der grössten UFO-Demonstrationen in der Geschichte der ehemaligen Sowjetunion. 33 UFOs flogen am Sonntag, dem 28. November, in geringer Höhe über der Ostküste der Primorie. Ihr Flug fand statt zwischen 21.10 Uhr und Mitternacht. Sie überquerten fünf Regionen und zwölf Städte. Zeugen beschrieben Zylinder, Zigarren von 300 Metern Länge und Kugeln und Tal Negorsk war das Zentrum dieser Aktivität. 13 Objekte flogen in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometern in niedriger Höhe um den Berg 611 und richteten Suchscheinwerfer auf den Grund. Zu den Zeugen zählten Militärs und Miliz, Grenzsoldaten und Seeleute, Arbeiter und Akademiker, erklärte Twuzilni, der an die 100 Augenzeugen interviewte. Die Objekte verursachten einen zweiminütigen Ausfall aller Hochfrequenzempfänger. Fernseher wie Telegrafen, Computer fielen aus, ihre Programme stürzten ab. Offenbar bedienten sich die UFOs extrem starker elektromagnetischer Felder von Hunderttausenden von Kilowatt. Was hat es mit den Berichten über unbekannte Flugobjekte auf sich, fragten Arbeiter in einem Bericht der Zeitung Sowjetskaja Molodez, das heisst Sowjetische Jugend, vom 4. Mai 1990, zufolge den damaligen sowjetischen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow, als dieser im April 1990 eine Fabrik im Ural besichtigte? Er antwortete, das Phänomen der UFOs ist real und wir sollten es ernsthaft angehen und studieren. Vielleicht dachte er dabei ein wenig an Lenin, den Begründer der KPDSU, als deren letzter Generalsekretär er sich erweisen sollte. Der britische Autor H.G. Wells schilderte einmal ein Gespräch, das er mit Wladimir Ilnitsch Lenin über sein Buch Die Zeitmaschine führte. H.G. Wells sagte, ich erklärte Lenin, dass die Entwicklung der menschlichen Technologie eines Tages die Weltlage völlig verändern könnte. Auch die Marx'sche Idee könnte in einer solchermassen veränderten Welt völlig bedeutungslos werden. Lenin schaute mich an und meinte, sie haben recht. Mir wurde das klar, als ich ihr Buch The Time Machine las. Alle menschlichen Ideen befinden sich auf der Skala unseres Planeten. Sie beruhen auf der Annahme, dass das technische Potenzial, wenngleich es sich entwickeln wird, doch nie das terrestrische Limit überschreiten wird. Sollte uns jedoch eine interplanetarische Kommunikation gelingen, müssten all unsere philosophischen, moralischen und sozialen Ansichten revidiert werden. In diesem Fall würde das technische Potenzial grenzenlos sein, was bedeuten würde, dass die Gewalt ihre Rolle als Mittel und Methode des Fortschritts verliert. Mit dem Schlusswort von Lenin verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.